Die Habeplakate mit ihr waren so sexy, dass hingerissene Autofahrer immer wieder Unfälle bauten. Abgelöst wurde die hübsche Tschechin von Adriana Karombe, die den verheißungsvollen Bestseller unter den Büstenhaltern die folgenden vier Jahre präsentierte. Der Wunderbra ist wie eine Umarmung der Brüste und plötzlich sehen alle Kleider fantastisch aus. Aber wer achtet bei diesem Dekolleté noch auf das Kleid? Aktuell lockt Inna Zobova für Wunderbra von den Werbeflächen. Sie ist die dritte der schönen Werbedamen, die dazu beitrugen, dass allein in Europa 20 Millionen Exemplare über den Ladentisch wanderten. Da bleibt nur noch zu hoffen, dass der Wunderbar BH viele weitere Jahre solche Vorzeigedekolletés kreiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017